Ab Freitag konnten die Basler wieder komplett trainieren. Uwe hatte mehr Zeit. Und hier Asalé die Chance auf 1 zu 0. Wird noch getroffen bei der Schussabgabe Roger Asalé. Heftige Schmerzen beim Stürmer der Young Boys. Es ist natürlich kein Abseits. Schön gelöst gegenüber Lacroix. Und jetzt werden wir sehen, ob da noch ein Foul dabei war von Lacroix. Eher nein. Da bin ich das Gefühl, dass Leo Lacroix sich da etwas hat zu Schulden kommen lassen. Schon ein erstes Mal, wo Schiedsrichter Frank Schneider...